jo freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge trainfever und ja wissen wir haben wir hier letztes jahr unseren hauptbahnhof von wittlich gebaut ja hier wunderschön in die stadt rein ich habe derweil auch ein paar kleine änderungen vorgenommen eine wäre ich habe einen mod reingemacht der heißt lässt traffic von dem lieben nando lässt traffic speed sorry das verringert sozusagen hier die geschwindigkeit der fahrenden autos müssten werden wir nicht angezeigt okay schade also egal wie schnell ist halt die straße zulässt autos dürften eigentlich nur noch 35 fahren das habe ich daraus gemacht denn ich habe ein bisschen im forum derweil recherchiert ja und da haben einige geschrieben besser gesagt sie hatten probleme dass passagiere auf ihre linien kommen und dann haben einige als vorschlag gebracht dass man diesen less traffic speed mod installieren sollte und ja das hat sozusagen die reisezeit mit dem auto deutlich länger wird als der zu also also als die zugverbindung und deshalb die npcs oder die sims auf die auf den zug umsteigen und man das hat auch ein paar mehr passagiere hat aber wir sind ja hier letztes mal stehen geblieben und ich habe gesehen mittlerweile haben sie hier eine kleine siedlung hingebaut ist natürlich nicht so geil ich probiere mal was schnell ich hab mal ohne 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 muss man ganz kurz was um ändern weiter geht's genau wenn ich jetzt hier was ich komme ziemlich hoch aber ich möchte ja auch hier mal okay hier wurde hier würde der bahnübergang gehen wie würde das aussehen alles klar okay dankeschön aber ganz dicht dran ist am besten so und machen hier mal wirst du denn die hier sieht eigentlich mal gar nicht mal so schön okay da geht es aber deutlich runter warum denn das wegen bahnübergang es scheint so aber das macht uns jetzt erstmal nichts ziehen unser zweites gleis dahin perfekt hätten wir die ecke schon mal dann würde es weiter gehen mit muss ich mal ganz kurz umstellen wo ist denn ich habe die letzten tage was rumprobiert und habe gerade gesehen das läuft dann doch nicht so wie gedacht das ist aber voll dass die kuhle reinhauen das sieht schon besser aus aber nicht so hoch ein bisschen recht wunderbar wenn wir hier rauskommt sollen wir bahnhof ist hier ok das heißt wir wollen auch rechts von der brücke rüber ok da können sie ruhig mal auf 250 abbremsen wunderbar wunderbar jetzt müssen wir das so gut wie es geht hier parallel hinsetzen wie parallel geht denn die brücke also geht schon dicht oder rückenpfeiler kollision das ist sehr interessant da sind wir hier fast schon ich bin auf der gleichen höhe wie das mehl ok das müssen wir jetzt mal kurz schauen das ebnen wir komplett gerade perfekt und jetzt geradeaus wäre dahin ok andere fall wir haben doch hier diese gibt es die schon wie groß ist die ok viermal das reicht ja nie irgendeine neue brücke wenn wir gucken ob die länger ist wo ist denn die dabei hier nicht da auch nicht da auch nicht was ist das ach wo das ein ja ok das ist es auch nicht ok nöp 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 wo könnten sie denn sein industrie äh ne das brauche ich auch nicht Signale kommt alles noch alles noch nicht freigeschaltet dann wird die brücke wahrscheinlich auch noch nicht freigeschaltet sein das ist natürlich scheiße aber das wird wahrscheinlich nichts weil die ist einfach viel zu lang um ok die ist einiges höher das war hier ok 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 mich gleich mal hier drüber hä und wir wollen das gleiche anschließen oh handy 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 man könnte es gleich hier anschließen äh ne ja doch eigentlich schon man könnte ich könnte sagen zum beispiel bis hier bis hier gerade und dann so die kurve rein das wäre auch eine idee machen wir mal bis hier und dann wollen wir sozusagen hier rein dazu müssen wir aber noch ganz kurz das hier weg machen soo ich geh jetzt mal speziell hier rein weil oder wir kommen ja von hier noch sollen wir dann so sollen wir von da unten kommen da wollten wir ja glaube ich einen kopfbahnhof hin bauen ja genau so und dann die brücke rüber kostet glatt nochmal so viel und hier her wunderbar hätten wir das na na denn da mal bauen habe ich das vergeigt ja also nochmal achso das geht jetzt nicht ooooh ok das sind jetzt extreme Baukosten noch mal drei millionen die hätte ich mir jetzt aussparen können hier hätte ich mir jetzt aussparen können ja gut es ist so wie es ist muss ich hier nur mein ding finden das ist es nicht 60 meter ist glaube ich ja also ich baue meine brücken immer so weil ich mag einfach diesen beton look und das passt ja auch zu der brücke hier pass ich hier immer das noch ein bisschen an der seite hier drüben sieht man es nicht wegen wald dann müssen wir hier noch hochgeschwindigkeitsweichen einbauen guck mal so rüber 120 wunderbar dann haben wir hätten wir das schon mal geschafft bindung wirklich ottweiler müssten wir bloß schauen dass wir von hier von kreußen hier rüber kommen nach ottweiler das würde ich ja am liebsten machen von dem gleis hier aber vielleicht mit einer hunderter kurve geht das geht das das geht ok das reicht hier auch wunderbar ja so sieht es gar nicht mal schlecht aus was dann 101 ist auch nicht so schlimm so und dann müssen wir irgendwie da rüber wir müssen auch einmal noch am besten das machen wir hier irgendwo bis wir die straße überqueren jetzt sind erstmal berg hoch oh ja hier bleibt es dann schön eben das flachland ohne wald hätte vielleicht damals noch den faktor ein bisschen hoch stellen sollen aber ich habe auch einmal auf 100 gestellt da war dann auf der kompletten insel war dann wald und das fand ich dann auch ziemlich hässlich muss ich sagen also irgend so einen coolen mittelwert ist dann schon irgendwie besser müssen die hier aber extrem abbremsen ich glaube das macht nichts wie das langs noch mit einigermaßen hoher geschwindigkeit hier lang geht ich auch zufrieden was wollen die denn hier machen 160 wer das machen wir hier mal eine 160er kurve was ist das für ein scheiß wenn ich hier schon fast 170 machen das ist immer dieses etappenweise bauen das mag ich überhaupt nicht jetzt ist hier vorne und 160 170 deshalb immer also ich finde es nicht schön aber naja wo der bahnhof steht ja etwas krumm und das macht uns natürlich überhaupt gar nichts wann geht es wann geht es wann geht es wann geht es jetzt geht es nicht so wird es gehen interessant direkt an der industriepark vorbei und dann anschließend an das hier wunderbar mit 300 hätten wir das auch geschafft könnten wir noch schnell die neuen linien machen wären zwei stück weil gerne wo die hier ankommt die kommt da an ok es geht von hier es bräuchte signale und da fehlt eine weiche hier geht es dann über hier nach da hier machen wir auch mal eine rein und weil er von hier ja stimmt da muss man glaube ich auch immer noch aufstellen wunderbar dann haben wir einmal hier einmal hier und einmal da das wäre dann auch von hier über hier über die riesenbrücke und mich hier noch irgendwie eine weiche reinbauen geht sogar wunderbar mit 60 wie sie es gehört vom bahnhof da und da und da machen wir noch eins hin dann fahren wir nämlich von hier von dem gleis das hier ist dann äh zug ottweiler preußen und das ist dann zug ottweiler äh wittlich perfekt das war es dann auch schon mit dieser folge ich hoffe ich hoffe es hat trotzdem ein bisschen spaß mal auch wenn es bloß ein bisschen gleisbau war ja und ich verabschiede mich wieder in diesem wunderschönen bahnhof und sage tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020